So, live, Basti, ihr seid live. Jetzt bin ich tot auf der Straße rum. Ich bin leider, bitte. Was darfst du wieder ranziehen? Na, 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 meine Gummihente. Ich bin weg. Ich lieg unter dem Truck. Guck mal ein bisschen hinter auf die Karte, bitte. Ich werde mal zum Krankenhaus fahren. Mhm. Wo ist das Krankenhaus? Das ist markiert. Jetzt rechts. Ja, da lang, runter. Okay, er fährt hoch. Dependiere runter, ich kann nur links, rechts. Hier gibt es keinen, so runter. Vorne rechts. Dann links. Und quer über das Feld und geradeaus runter. Genau, jetzt links. Ja, schlechte Idee. Dann rechts und dann links. Jetzt links. Und da ist das Hospital. Auf der anderen Seite. So, dann probieren wir es nochmal. Für den Bruder der Menschheit zu arbeiten. Okay. So. Gut, du fährst. Bibu, 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 bibu. Ja, bibu, bibu, bibu. Oh, das Wasser. Da ist der Punkt. Na ja. Jetzt links. Da war nur jede Menge Wasser dazwischen. Da konnte ich nicht langfragen. Ja, ja. Links und geradeaus durch, wenn du kannst. Über das Feld. Bibu, bibu, bibu. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin der Fahrer, oder? Ja, ich mache einen Punkt. Jetzt weiß ich ja auch, wo es ist. Das sieht man noch so, das ist eine grüne Flagge. Ah, da. Da ist eine Straße. Ja, links. Ja, rechts, rechts. Genau, rechts. Nein, das ist eine Brücke. Okay. Genau, und dann nach vorne direkt rechts. Genau, rechts. Straßenverlauf folgen, bis zur zweiten Kreuzung. Und dann rechts. Boah, guck, der trifft. Das ist falsch. Das ist falsch. Jetzt ist es richtig. Wie geschmeißig um die Kurve getrüftet. Sehe ich doch nicht, wenn ich auf der Karte bin. Da hast du ein paar Ziele vergessen. Ja. Das ist gar nicht so leicht, gell? Das ist auch nicht leicht. Ich denke, sie hatten mehr Knochenbrüche als vorher. Ja. Boah, 50 Geld. Direkt ein Automat daneben. Das zehnmal, da können wir uns ein kleines Haus kaufen. So, wir gucken uns dann aber auch nochmal hier. Ich bin der Atomkraftvergang, das sah auch lustig aus. Mehlbock, Mehlbock, Mehlbock. Können wir hier nicht die Hupen irgendwie anmachen? Ah. Die scheiß Flora steht ja mal wieder nur im Weg rum. Ich glaube, du musst außen rum fahren. Links rum die Straße folgen, weil du nicht den Berg hochkommst. Da kannst du ja mal nur den Straßenbüller auffolgen. Da kannst du ja mal nur den Straßenbüller auffolgen. Da kannst du ja mal nur den Straßenbüller auffolgen. Geradeaus durch, unter der Brücke. Geradeaus durch und die Straße weiter folgen. Ist das der jetzt in der Park oder was das denn ist? Ich mach auf. Du hast das nötigere. Du hast den kleinen Gefühl. Den Wikinger. Oh, Alter. Du hast das auf Krawall oder was? Du hast es. rechts rechts oder gerade auch durch das ist ein wikinger der ist hart im nehmen der andere ist jetzt gerade rausgekommen weil ihm schlecht war jetzt hat er noch die gehirnerschütterung ach naja ist nur umgefallen achtzig ist gut warte ach ist immer wieder ein hingucker ja 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 da 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 ok das ist kein geländemotorrad so, wiederholter Eingang kannst du auch mal was sagen Spatz, Spatz 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 Das war's für heute. Zwei noch, du noch eins, ich noch eins. Ob das mehr Geld gibt, wenn man da mehr drauf geht? Nein, sollen ja nur fünf. Ja, deswegen sag ich's ja. Den wir noch eins mit. Boah. Und? Die Tür will nicht zu. Schau mal, was von Ladungssicherung gehört. Nein. Ja. Drei oder was? Ja. Nein. Ich guck doch nur wo lang. Oh, umschuldigung. Hm. Das hör aber auf, also Ladungssicherung. Bitte dich. Was warst du Anfänger? Ich bin Profi. Ich glaube, du bist schon dann vorbei gefahren, oder? Ich guck, das geht hier rüber runter. Wie schaut das hier denn kurz aus? Ja. So, wir das dann in zwei Minuten schaffen. Okay. Alter. Du kannst auch fahren. Mhm. Ich möchte von dir nur keine Pakete geliefert gehen. Das ist jetzt hart. Meine Pakete kommen fast immer heil an, ja? Mhm. Weil die Leute nicht so einen Scheiß bestellen. Muss ich doch. Ich hätte... Wir hätten mehr Kasser mitnehmen sollen. Ey, du musst dich dann auch noch entladen einzeln. Boah, kleine zwei Stück! Ah, richtig! Was ist denn da drin? Der Fristi kommt nur! Please do not feed! Ja, eins fehlt! Da ist noch gar ein Hamburger drin! Ja... Na ja, zwei fehlen! Gut, also machbar wäre es! Ja, man muss ja vorsichtig fahren! Ja, in der nächsten Runde fährt der Herr Donnerbuchse! Nee, besser nicht! Doch! Ich lass mich ja nicht auslachen und mir vorwerfen, ich würde irgendwelche Pakete nicht heil ans Ziel bringen! Ich lache dich nicht aus, ich lache mit dir! Guck mal, du fließt jetzt wirklich an mich! Na ja, das gab immerhin ein bisschen Geld! Ich lache den Müll da rausschmeißen! Ja, aber guck mal, das hätte doch sicherlich auch noch 50 Dollar gegeben! Ja... Ja... ...wahrscheinlich! Der hat gerade Blizzard geschlagen! Ohön! Ja... ... ... ... ... Du wirst mich nicht los! Baut doch nicht raus! Was werden wir jetzt? Busfahrer? Nein, wir probieren das nochmal. Vielleicht gibt es ja mehr Geld, um alles wegzukommen. Welches Auto nehmen wir? Das, was hier steht, oder? Na ja, du kommst halt nicht raus. Das ist ein Problem. Ja, ich wusste nicht, dass der LKW wieder drin steht. So, ich habe aufgemacht. Kommt damit irgendwie nicht so klar. So. Wie viele sind jetzt drin? Hier. Fünf? Gut. Gut. Ich bleibe hier hinten. Warte, nun ist es schwer. Boah! Hast du? Okay, hast du. Ja. So kann man es auch machen. Boah! мерe. Wenn du ja darum hast. Zánh. Sat. Zánh. T. Z. Guck. Neu und hier. Tix. Nope. Nu ist das nur. Vi Maine. Mit dann der Lampe. Ich versuche es sehr wohlfühlen. Es. Boah! Ich hab Blitz getroffen! Hm. Sonst bleibt gewittert, dass ich keine trutzlichen Metallfüße anpasse. Boah! Das ist eigentlich fast. Unlockhazard-Outfit! Weißt du, dass du meine Krankenwagen hast? Ja, von Joe. Aber jetzt haben wir... Aua! Steck doch vorne ein! Nein, das macht Spaß! Was haben wir? Dieses Hazard-Outfit! Ah! Actually, mach mir, ich mal noch einmal auf! T-Signal, die schade, haben wir wieder Fahnen, oder? D-Signal, die schade, die schade, haben wir wieder auf! T-Signal! D-Signal! D-Signal, die schade, die schade! Das war's für heute. Käse. Das war's 20% runter bis jetzt wahrscheinlich noch die Tür offen ist. Oder die Tür blockiert ist. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ja gar nicht merkwürdig, wenn wir hier in fremde Leute Häuser gehen, um uns umzuziehen. Das war's für heute. Warte, ich bin noch auf dem Klo. Der Durchfall. Mal gucken, was passiert, wenn die Gasflaschen explodieren an so einem Auto. So. Meinst du das Auto explodiert? Ja. Vielleicht fliegen die mit? Na. Ich dachte, die ist zu interessieren, die Gasflaschen – äh, dieses Auto. Nein. Hallo! Möp, Möp, Möp. Warte mal, ist das eine Kanone da vorne? Warte mal, warte mal, komm mal her, komm mal mit, komm mal mit, ja komm, ja ich bin doch da, komm 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 komm, steig mal ein. Warte, 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 warte. Oik, das hat keinen Sinn, diese Kanone irgendwann mal vielleicht, jetzt liegst du da hinten, aber da kannst du ja den Hubschrauber nehmen, über dir ist ein Hubschrauber. Ja, wenn du da jetzt hochläufst, genau. Hochlaufen, du bist relativ. Ja, hochkraxeln. Ah, da. Haben einen neuen Follower. Boing. Fox heißt er, ist sein Nickname. Boing. Noch eine Kanone da hinten. Ich hab meinen eigenen Sprengstoff. Du und deine Gasflaschen. Das ist die beste Erfindung hier. Warte mal. Na, lass doch mal los. Zieh dir auch gleich an den Haaren. Du explodierst nur wieder, Opa. Weg. Isst deinen Reis oder deinen Teller Suppe. Und. Hat. Meine Katzen. Könnte ich uns beide tragen. Hast du sie kaputt gemacht? Ich hab gar nichts kaputt gemacht. Weiter geht's. Guck mal, ist ein fastes Hubschrauber. Black Hawk Down. Black Hawk Down. Aber wenn du 14 bist, kann deine Mutter nicht 26 sein. Gleichmäßig springen, Basti. Du kannst gerne beim nächsten Mal mitspielen, weil wir werden nicht mehr landen. lange spielen, weil ich bald zur Arbeit muss. Wo ist der Müll? Müll muss hier drauf, Basti. Und dann muss ich glaube ich einen Button drücken. Und jetzt weiter. Machen wir es mal einmal. Kann sich ja hinten draufstellen und festhalten. Wann mal so ein bisschen serviert, der Feeling. Ich glaube, da ist hinten rechts eine Plattform. Ach so. Ja, okay. Finde ich auch gut. Ich bin nicht ganz so einfach, gell. Ich bin nicht ganz so einfach, gell. Das sieht echt lustig aus. Ich bin nicht so einfach. Natürlich ist es hinten schlicht. Ja. Oder ist es wieder Colomb. Ja. Fuck. Boah. Der liegt da. Versuchen jetzt halt mal die Amstel dahinten zu holen. Ja. Lauf mal hin. Kannst ja mit nachgefahren kommen, wenn es so weit ist. Wo bist du da? Dahinten. Hast du das Auto so scheiße geparkt? Wie soll ich denn da hinkommen? Naja. Deswegen hab ich doch, wenn ich noch losgelaufen hab, den Sack schon mal geholt. Fahr mal, spring mal runter auf die Straße. Boah. Hörst du? Halt. Halt. Gib mir mein Geld. Gib mir mein Geld. Gib mir mein Geld. Halt. Also wir klicken das hier wieder aus. Ich will saufen. Da oben kann man das Geld wegbringen. Ja. Ich muss es erstmal rausholen. Jetzt kommt natürlich die Frage, warum speist man das da rein? Nein. Man sollte allgemein einen Sack voll Geld niemals in ein Müllauto werfen. Das Müllauto kommt aber den Werk hoch. Okay. Hi Fernfin. Ähm. Wie dem Fox schon besprochen. Ich werde gleich auf die Arbeit machen. Das hat so keinen großen Sinn mehr. Ja. Boah, jetzt bin ich in dem scheiß Müllauto. Oder richtig drin. Hol doch erstmal mein Geld raus. Ich hab's doch versucht. Oh, das werde ich auch gelogen kippen. Das ist schon mal so ein LKW. Warte, ansonsten fahren wir zur Mülldeponie. Ich nehme den Gabelstapler, der da stand. Ist rausgefallen. Ist rausgefallen. Ist rausgefallen. Ist rausgefallen. Ist rausgefallen. Na, da wollte's. Was soll ich mich jetzt gerade ein bisschen abfacken? Das wollen die ganzen Leute mitspielen. Ich muss doch mal auf die Arbeit. Ja, wer geht denn auch sonntags arbeiten? Ja. Ich. Ja. Und warum? Weil du denn zu nett bist. Weil ich die Gesellschaft so will. Was, dass du arbeitest, sodass du nett bist? Ich arbeiten geh. Nein. Ich bin hinter dem LKW. Ah. Ich bin hinter dem LKW. bitte. Mit Geld. Komm her, Obi, ich helfe dir. Eine Hand zu dir, eine Hand ans Geld. Jetzt geh doch mal weg. So, komm her, Obi. Da Geld. Auch noch 60, dann können wir ein Haus kaufen. Wollen wir noch mal ein Öl machen oder krank geworden? Wie mein Kollege schon sagte, wenn er dann raus ist, mach ich mich auch erstmal raus. Ich muss auch noch ein bisschen, was wir arbeiten, fertig machen. Wir wollten eigentlich noch mal kurz spielen. Die Zeit zu überbrücken. Das ist, ähm, wenn man älter wird, hat man Verpflichtungen. Ihr seid gerne fürs nächste Mal eingeladen. Da könnt ihr gerne mitspielen. Uns mal ein bisschen zeigen, wie das funktioniert. Ist das das, was ich denke, was das ist? Das ist ein Bob? Was ist das? Ah, da ist ein Bob. Lass uns Bob fahren. Eine Bob fahren? Ja. Wo ist denn da rein? Ja, springen. Ne, ne. Ich hab mich ab, ich hab mich ab, ich hab mich ab, ich hab mich fest. Jo. Wie war das? Jamaika hat eine Bob-Mannschaft. Das Spiel ist lustig. Wir sind die Wobblim-Meister. Ich hab jemanden verloren. Ich hab jemanden verloren. Du hast mich verloren. Ich hab ihm das Genick gebrochen. Ich glaube. Wie sind wir denn jetzt? Warte mal, war das Auto, was ich weiß. Das Ding ist schon, das ist das Ende hier von dem Ding. Ja. Boah, was ist denn mit dir kaputt? Ja, ne Winterreifen. Du weißt doch, wie das ist. Nö, ich hab Winterreifen drauf. Ja, ich wollte Schneeketten. Ja, es ist bald wieder die Zeit. Oh, ich erinnere mich nicht da dran. Ja! Ich komme, warum ich nicht mehr rausdessen bin ich als Schnee. Naja, lauf mal. Du meinst, wir wobbeln. Genau. Haltest du an mir fest? Weiß nicht, ob ich das will. Warte. Aua, Koffer angestoßen. Hast du? Ja. Gott. Du hast dich dran im Scherzding verbesser. Naja, so geht's auch. Haltest du mit einsteigen? Ne, aber ich hab gestoppt fast. Nö, ne. Geil Dann fahren wir noch mal fix krank, weil das wohl im einfachsten Können wir uns auch noch das nächste mal ein Haus kaufen, dann Also mit diesem Explosionsfaktor, das ist also, ja das ist cool So, ich bin gleich da Okay Ja, ich würde gucken, ob wir bestimmt wieder in die Berge wahrscheinlich da hinten Oder was sagst du? Gucke Keine Ahnung, ich sehe es nicht Es müsste auf jeden Fall rechts von uns sein, laut dem Fall Da waren wir noch nicht Da ist alles zu, ist ein Fragezeichen Okay Nächstes Mal müssen wir uns mal was zum fliegen klauen und müssen mal da rüberfliegen Ich sehe leider nichts, wo das ist Ja Ich wollte einfach mal trocken los Buh 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 B Wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Ja, jetzt geh doch mal auf! Geh mal weg! Das wird knapp. Naja, das glaube ich nicht, dass das noch was wird. Nein, er ist gespoken. Verdammt, Climmy wird auch vom Krankenhaus. Das macht sich nicht gut in der Akte. Das macht sich gar nicht gut. Dann klappt doch noch beim Feuerlösch ab. Gut, okay, wir danken unseren Zuschauern. Warte! Wir enden das mit einem Knall. Uuuuh! Dankeschön und bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!